Nachdenkseiten Die kritische Website Saskia Esken Pseudo-linke Pöbelein Ein Kommentar von Tobias Riegel SPD-Chefin Saskia Esken hat einen direkten Vergleich zwischen AfD und Josef Goebbels gezogen und sagt, dass die AfD eine Nazi-Partei sei. Solche Zuspitzungen gehören sich nicht und sind politisch kontraproduktiv. Hier soll nicht die AfD verteidigt werden, sondern eine gesittete politische Debatte. Der Verweis auf verbale Ausfälle von AfD-Personal gilt hier nicht als Rechtfertigung. Schließlich sehen sich die Kritiker als die Guten und damit entstehen andere Verpflichtungen zur Versachtlichung der Diskussionen. SPD-Chefin Saskia Esken hat in einer österreichischen Nachrichtensendung einen Vergleich zwischen der AfD und NS-Propagandaminister Josef Goebbels gezogen, wie Medien berichten. Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen, sagte Esken in einem Interview mit der österreichischen Nachrichtensendung ZIP 2. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen. Laut Berichten hakte Moderator Armin Wolf nach. Da vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Esken antwortete ohne Zögern. Ja, das ist eine Nazi-Partei. Wolf, finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Esken, nein. Das völkische Denken sei vergleichbar, ebenso die Bestrebung, die Demokratie zu untergraben. In der AfD seien zudem menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden, so Esken. Das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, die wir abzuwimmeln haben. Verlinkt innerhalb des Textes gibt es einen kurzen Ausschnitt aus der Szene. Esken stellt mit diesem Auftritt zahlreiche Bürger direkt in eine Reihe mit Josef Goebbels. Die Äußerung rutscht ihr auch nicht raus, sie kommt mit voller Überzeugung. Ist dieses Vorgehen ein Akt der Verzweiflung, um der SPD wenigstens irgendwie Aufmerksamkeit zu sichern? Dann wäre die Partei meiner Meinung nach schlecht beraten, denn Auftritte mit solcher moralischen Arroganz schaden der SPD, vor allem wenn gleichzeitig das eigene Erbe der Entspannungspolitik über Bord geworfen wird. Es ist auch ein Phänomen, dass immer wieder zu Recht eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD eingefordert wird, dass dann jedoch diese Sachlichkeit unter Emotionen und völlig übertriebenen Vergleichen begraben wird. Erst Covid-Idioten und jetzt Goebbels Die AfD ist für mich keine politische Alternative, das haben die Nachdenkseiten in zahlreichen Artikeln beschrieben. Darum wird mit diesem Artikel auch nicht die AfD verteidigt, sondern ein gesitteter Diskurs, der nicht durch sprachliche Tabubrüche zugespitzt werden sollte. Der Vergleich auf verbale Ausfälle von AfD-Politikern und Anhängern gilt hier nicht als Rechtfertigung. Man sieht sich selber schließlich als die Guten, daraus erwachsen dann natürlich andere Verpflichtungen, den Diskurs nicht von oben zu vergiften. Esken ist schon öfter aufgefallen mit Bürgerbeschimpfung. So hatte sie etwa in einem skandalösen Tweet Andersdenkende bezüglich der Corona-Politik als Covid-Idioten, also indirekt als Schwachsinniger bezeichnet, um die Argumente dieser Gruppe zu entwerten. Juristisch hatte das kein Nachspiel für die SPD-Chefin. Gleichzeitig wurden aber Bürger juristisch verfolgt, weil sie die in ihren Augen totalitären Tendenzen der Corona-Politik mit den Anfängen eines neuen Faschismus verglichen hatten. Ich finde beide Vergleiche nicht gut. Gleichzeitig finde ich, dass die Justiz vielleicht zurückhaltender auf den Vorwurf der Nazirelativierung reagieren könnte, kommt auf den Einzelfall an. Wiederum gleichzeitig ist aber das Messen mit zweierlei Maß bei den Corona-Kritikern einerseits und bei der SPD-Vorsitzenden andererseits völlig inakzeptabel. Es ist immer wieder zu betonen, Hasssprache von oben richtet meiner Meinung nach viel mehr Schaden an als radikale Bürgerkommentare im Internet oder rüpelhaftes Bürgerverhalten bei Demos. Ich lehne im Sinne einer sachlichen Debatte zwar beides ab, aber Politiker und Journalisten großer Medien haben eine erheblich größere Verpflichtung zu einem zurückhaltenden Diskurs beizutragen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. 3. 5. 8. 9. 10. 10.